Mein Name ist Joscha Würz, ich bin 25 Jahre und komme aus Köln und studiere an der RWTH Umweltingenieurwissenschaften. Ich arbeite als Projektleiter für studentisches Engagement beim AStA und kümmere mich in dem Kontext auch um das Kulturfest West, das auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Und dabei geht es konkret darum, einmal einen integrativen Stadtteil im Westparkviertel Aachen zu schaffen. Wir haben dazu ein Corporate Design entwickelt und nutzen das Kulturfest West als jährliches Treffen, zu dem alle Akteure und Anwohner zusammenkommen können. Das Kulturfest West findet auch dieses Jahr am 09.09. wieder statt. Das ist also dieser Samstag und wir laden euch alle herzlich ein. Einmal die Brücke zwischen der Studierendenschaft und all dem, was sonst noch an gesellschaftlichem Engagement in Aachen passiert zu schlagen. Am Samstag haben wir verschiedene Bands und Künstler aus Aachen auf der Bühne. Das ist unter anderem das Schlagseitenquantett, der Rap-Stammtisch, David Spencer und die Cable Bugs. Und wir würden uns sehr freuen, euch beim Kulturfest willkommen heißen zu dürfen.